Hallo ihr Lieben, ja wir sind wieder unterwegs zu einem Spaziergang und da nehmen wir euch natürlich wieder mal mit und es ist der erste Spaziergang im Jahr 2020. Genau und entschuldige mich mit meiner Kamera, mein Handy hat irgendwie ein neues Abdeck gemacht und jetzt ist das ganze total komisch, noch beschütznahes vorher, entschuldige mich nicht, aber es ist leider die Wahrheit und Schlatter verständigt sich wie immer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt gerade mal den Weg suchen, und es weitergeht, ähm ja, von uns im Draben zu bringen. Jetzt bleibt abgehoben, aber naja, wir finden weiter in den Weg raus. Ich bin fertig, denn ich bin fertig, ich bin fertig. Und ich bin fertig, entlang. Ich hab dieses Angelegenheit über den Weg, dass ich heute nicht mehr in den Weg leben kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020